Was geht ab Leute Seen ist wieder da, heute mit einer neuen kleinen Theorie. Und zwar fragen wir uns ja schon lange, was es denn mit ImSummers Namen auf sich hat. Oft wird er ImSummer genannt oder auch Imusummer in der offiziellen englischen Übersetzung. Doch was könnte diese Name denn bedeuten? Im, das Wort kennen sicherlich viele aus dem Englischunterricht, im bzw. im oder lang I am übersetzt also ich bin. Wirkt im ersten Moment nicht spannend, aber selbst in der Bibel wird darauf angesprochen. In Exodus 3,14 sagt Gott zu Moses, ich bin, der ich bin und er führt fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, der ich bin hat mich zu euch gesandt. Also Gott selbst betitelte sich einfach nur als ich bin, also I am. Auch ImSummer in One Piece Universum ist etwas wie eine Art Gottheit, zumindest würde so von den 5 Gurusei verehrt. Somit hätten wir eine Anspielung auf Gott in der Rolle von ImSummer. Aber diese Geschichte können wir noch weiter spinnen. Gott hatte seinen Sohn Jesus. Ich hatte ja mal in einer meiner Theorien gesagt, dass Joy Boy an Jesus angelehnt sei und seine Jünger wären die Ds, die den Willen der Ds weitertragen. Und Blackbeards Vorfahre könnte sozusagen den Verräter Petrus widerspiegeln. Könnte Joy Boy möglicherweise im Sommers Kind sein. Jetzt werden erstmal alle Hater schnell in die Tasten hauen und sagen, ach Quatsch, der ist doch der Herrscher der Weltregierung und nicht ein Einwohner des antiken Königreiches. Naja, als Doflamingo sich mit Law unterhielt auf Dressrosa, ging es ja viel um den inneren Zirkel der Weltregierung, das große Geheimnis der Weltregierung. Dabei sagte er auch, dass Power korrumpiert. Korrupt wird man aber erst, wenn man vorher gut war. War ImSummer also vielleicht doch Teil des antiken Königreiches. Ich denke aber auch, dass Im nicht irgendwer war. Viele vermuten ja, dass Joy Boy der König des antiken Königreichs war. Doch was wenn es nicht er war, sondern ImSummer also Joy Boys Vater. Wie Doflamingo schon sagte, Power korrumpiert. Das antike Königreich wurde immer stärker. ImSummer wurde immer stärker und mit seiner Stärke wuchs auch seine dunkle Seite. Er sah sich als etwas besseres, vielleicht als eine höhere Rasse, da er vom Mond kam. Sein Sohn Joy Boy bemerkte dies und verbannte seinen eigenen Vater aus dem Königreich. Jemand wie ImSummer ließ dies aber nicht auf sich sitzen und stachelte die Menschen, die auf der Erde lebten an, sich gegen das antike Königreich zu verbünden. Die letzten zwei Aussagen setzen aber voraus, dass das antike Königreich wirklich von dem Mondvolk abstammt. Das ganze ist aber auch der Grund, warum sich im Sommer schon immer versteckte. Denn es sollte nicht bekannt werden, dass einer des antiken Königreichs, des eigentlichen Feindes die Geschicke der Welt steuert. Vielleicht hat er auch immer noch seine Flügel und würde so als etwas anderes gelten, deshalb hält er sich versteckt. Oder aber er hat wirklich eine Angst gegenüber des Willen der Dees. Das ganze würde auch erklären, wieso es die Sklaverei gibt. ImSummer sah sich als höheres Wesen an, egal ob Fischmensch, Riese oder Mink, alle waren es niedere Wesen. Doch Joy Boy gefiel diese Gedanke nicht, das führte letzten Endes zum großen Putsch, denn immerhin hatte Joy Boy eine Geliebte und das war eine Meerjungfrau. Wir können das ganze aber auch noch mit dieser offiziellen englischen Übersetzung von Emu weiterführen. Und zwar könnte man dann auch sagen, das ganze heißt I am you. Also ich bin du. Was wenn Oda diesen ganzen Charakter aufgebaut hat und deswegen sieht man ihn auch nie so wirklich so einen E-M-M, so eine Art Schattengestalt, weil Oda darauf hinaus will, ich könnte du sein. Also wir könnten im Summer sein, wenn wir es wirklich zulassen, dass möglicherweise uns Power korrumpiert, dass wir die Welt übernehmen wollen oder solche ähnlichen Sachen. Aber naja, das ist jetzt einfach mal so eine Sache, es ist ja eh die Frage inwieweit die englische Übersetzung als die offizielle englische Übersetzung darauf zutrifft. Was haltet ihr von dieser kleinen Theorie? Wenn sie euch gefällt, lasst gerne ein Abo da, falls ihr mich noch nicht abonniert habt und einen Daumen nach oben würde mich freuen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, folgt mir doch einfach auf Twitter. Dort bekommt ihr immer meine neuesten Videos und andere Sachen. Ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao. 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 ARD Text im Auftrag von Funk